Hallo liebe Karin, das ist eine Nachricht auf dein E-Mail, das du mir am 31. März gesendet hast. Tut mir wirklich leid, wirklich verspätet. Es geht uns allen gut, Familie, mir und Hund, Katze, Vogel und so weiter, was auch alles so rumkriecht in den Bergen. Wir sind 250 Kilometer südwestlich, mit dem einen Haus und mit dem anderen ungefähr 250 Kilometer westlich von Fukushima. Das heißt, es ist noch alles im grünen Bereich. Jo, ich war jetzt gerade auf Facebook und habe deine E-Mail-Adresse eingegeben, diese Fiki, und ich sehe, die gehört zu einem ATEV-Fiki. ATEV benutzt deine E-Mail-Adresse, würde ich aufpassen. Okay, wünsche dir alles Liebe und man sieht sich vielleicht bei der nächsten Reunion, ne? Okay, ciao, ciao, alles Gute an die Familie, an die Kinder. Tschüss.